so das ist jetzt schon aus uns so meint um Prozent Spieler finden da die Städte zu verleten hinzugefügt Spiel wird geladen Prozent 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 Schade ist immer traurig und die beiden sind mit mit Prozent Prozent Kiel Frank und okay ich habe diese nur diese Auswahl ja ist bisschen und vermitteln Teams aber es kommt und ich bin mit meine Soldaten fällt mir gerade auf ist ja egal bisschen kalt ist mir gerade war da das ist so richtig schön in der Vorstadt hinein 2 2 2 so und und bei diesem Lied muss ich echt auf was und viel viel reden weil dieses Lied mag YouTube nicht und das ist noch schön das ergermaßen sich sehr schnell und laut darüber redet dass das nicht passiert weil das liegt ja YouTube nicht merkt und dieses mal hoffentlich wieder normal ist bei der anderen die da habe ich bis jetzt nie Probleme gehabt okay ist ja auch klar weil das ja tuten tun ja egal ist und tuten tun ja und und ich muss allerdings da immer dass da dass ich es auch sehe und cpu auslastung was warum cpu auslastung das verstehe ich nicht deswegen da ist ein gegner und das ist echt bin dass das ich so rumrede und ich treffe nicht und ich treffe nicht er ist noch nicht down ach scheiße 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 nein Teletubi hier und der schwirrt nicht sterben das ist du und diese Map habe ich auch lange nicht mehr gespielt fällt mir gerade so auf und da ist ein Gegner scheiße ab bissel selbstmord gemacht von natürlich sportlich sollte noch mal nach hinten gucken back to bad got Batsch, 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 Batsch... Schaut opkauer, wot... Scheiße. Hey, ich kann nicht fahren. Ach komm. Scheiße, raus. Ach komm, der Gehäufe. Espaner, what? Eieieieiei. Brrm, es ist kalt, das ist ätzend. Kältung spielen ist nicht schön. Oh ne. Das war das im Panzer. Nicht aufpassen. Panzer-Türmer. Auer, Auer. 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 okay die gegner kälte und kratz man war auch gejuckt EGET also wo sind die Gegner ok ich bin da ich bin da und ich bin da und ja auf mich wird der Springfield der gerade exakt unter sein Kind wieder leben wir schon und er kann nur noch hoff nicht von dir betroffen zu werden und ich eh ihn zu sterben er kickt das Kitt weg klaut den Roller ich schau zum Zodeck wie nur so soll er weglaufen ich klau mir einfach ein Larm auf verfolg ihn als ging's um milliarden Dollar ich mag diesen Donut Räuber kahl verfolge ihn in Richtung Wald mit Gebrüll so dass es halt aus dem Gewürsch komm ne Gestalt ich kann zwar nicht singen Kälte 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 ist doof was doch dabei ah 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 ach boah lässt sich in Bisschenvideos und andere Fassungen fassen die Räder ja ist irgendwie schön aber Digimon rede ich dafür sehr sehr viel mit meinen Ravigat äh Englisch äh Speaks ja und das hat gerade keinen Sinn gegeben uuuaah muss aber niemand wissen äh das mein Englisch ist nicht äh gut oh wir tun nicht suchen du hier wir haben eine Limitär Kommandoserver oh Dürfen nur bestimmte Anzahl von Kommandos da tut mir aber leid ja schön reinschießen hier ja schön reinschießen Kälte die Dürfen die 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 das die 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 Ich hab den Mund Haare im Brand, wie du grießt lieber er mit mir am Stamm, nun hab gelaufene, AHA, ein Schluck! ...dann ist ein Hinterteil als Pirandaküter, Dumme Ruhle zu haben, Dumme wie der Segel zu sterben, Dumme will hier zu sterben, Dumme will hier zu sterben. Dumme will hier zu sterben, mit ner Geil, Arbeit, Bring dir selbst das Fliegen bei, ist in zwei Wochen alt, nun gekürt, Jugaert, Dumme wie der Segel zu sterben, sterben! Alter, Aua! Dumme wie der Segel zu sterben, Ich frage mich gerade, hä? Wieso sind hier fast keine Gegner? Ah! 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 So wie eine dumme Wege zu sterben! So wie eine dumme Wege zu sterben! Oh, das ist für... Internet! So wie eine dumme Wege zu sterben! Toll! Ach so, das ist ein Panzer! Oh! Das ist ein Gegner! Ähm... Habe ich leider zu langsam vercheckt. Guck mal nach hinten! Wir werden wegen unterfordert. Wir werden wegen Wege zu sterben! Hm. Passt verdammt nochmal an Bahnhöfen und in der Nähe von Süden auf! Eine Message von Metro! Von Metro! Schade! Ja, das ist glaube ich! Ja! 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 Ich komm gegen 2 No chance, Alter Ja. Ich zieh nach Alaska, ich wandle in der Hitze, wie ein verwirrter Kaspar, mit dieser Art Neigung fall ich wohl aus eurem Raster, ich halte mich. Scheiße. Nein! Nein! Bumvergäftert! So klar. Das war so klar, dass ich der Bum tun würde. Ich bin Anti-Depression. Okay. Okay. Ich bin Anti-Hitze, Anti-Sommer, Anti-Impression. Vor allem wollten aber gerade sehr viel rein, äh, Euro-Kommandos sagen sollen. Ist ja dumm. Dann wäre wenigstens der Server voll. Oh nein. Nein. Es gibt ja eine Limited. Es gibt ja eine Limited. Und danach wirklich, dass ich auf dem Server und nun wieder mein Kommando. so. Weil das ist mir doch wenig hier zu wenig Action. Gerade. Aber. so. So, das liegt an der Map, aber trotzdem. Ich will ja mit meinem, Romandospiel. So. 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 So sehen wir uns gleich mit dem Krieger.